Das ist ziemlich groß hier draußen. Ich sehe schon, komm, ich gucke in die eine Richtung und fährt von der anderen erschossen. So ist das halt bei mir ans Spielen. Okay, der Typ ist down. Der muss noch tot sein. Dann habe ich voll in den Kopf geschossen. Nein, ich wusste das! Schieß auf ihn, der hat mich nicht in den Wissen! Wo ist der? Habt ihr ihn erledigt? Ja, offensichtlich. Uh! Ah! Was? Guck mal, der wird jetzt halt angeschossen. Kriegt der jetzt nicht mit, Jungs? Oh, man kann nur langsamer laufen. Was, mal mit Wehren? Okay, der ist down. Boah, Leute! Noch mehr Schüsse! Es geht wieder auf die Kontrolle! Was? 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 Was?